Ich bin weiter ein Specialist. Es scheint, dass die Punkte nicht übernommen werden. Was wird nicht übernommen? Die Punkte! Ja, natürlich nicht. Wir sind doch jetzt eine andere Seite. Ja, leider. Einwohner von Naboo rennen alle weg. Ja, würde ich auch machen, wenn ich ein Einwohner von Naboo wäre. Mhm. Ist ein bisschen logisch, ja. Scheiße. Direkt tot. Direkt erst mal tot. Äh, heavy. Ich hab hier so eine Gruppe reinpfeffern können, das war so schön. Ich könnte mir jetzt direkt hier den Dings kaufen. Von den Gunship-Dings hier. Wie heißt er? Mhm, mhm. Wo man mit Leuten rumfliegen kann. Gunship. Ja. Heißt Gunship. Ey, da. Shit, ich vergesse mal zu rollen. Wie bin ich noch Dark Souls-Spieler. Ich bin von, what the hell? Das gibt's doch nicht! So. Ahhhh. B. Aber ich seh dich da hinten. Tot. Ich bin tot. Beleb mich mal wieder. Kann ich nicht. Kann nur des, äh, Dings glaube ich. So. Diesmal sterben wir nicht. Hier ist alles von Wasser. Oh. Was zur Elle? Wo stehen die alle? Wie? Wie? Ich laufe zwei Meter und bin tot. Ich laufe zwei Meter. Du, 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 du. Du, du, du. Was denn? Na gut. Läufe nicht. Aber gerade für die meisten nicht so. Wir können langgreifen. Na gut, ich bin zu spät. Auf die Distanz ist der Heavy echt... Schrott. Geht sogar. Ist natürlich nicht so gut wie ein Specialist, ne? Ja, nein. Das meine ich ja gar nicht mehr. Ich hab aber auch ne andere Waffe, die ein bisschen besser ist mit, äh, Distanz. Warte mit zwölf Leben. Alter! Von wo? Boah, ne. Heiße. We do this together. Ne, und nicht aufregen. Hey, wir sind in einem Team. Echt? Oh. Wir sind in einer Gruppe. Da, 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 da. Klingt's aber auch nicht. Also. Unsere Aufgabe. Ja. Schon wieder von irgendjemandem von da. Hä? Hä? Warum hat das nicht getroffen? Scheiße. Es, es schießt er auf mich. Hä? Hä? Wo, der war doch, hm. Das ist grad echt blöd. Da, 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 da. Moment. Oh, generale. 내복. Åh. Do, du, 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 du. La, 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 la. 11. 11. ignorance. 알 напис канams foray. Con Radiator весьма äff... Giants attacks. Ja. Scheiße Hä, schieße ich in nem Boot? Na also Geht doch Ich weiß gar nicht, was Friendly Fire eigentlich an Nein So unlobisch Nein Ah, kacke Das war jetzt nicht schlecht Aber es geht besser Ach, kacke Kann mich denn keiner beschützen? Bist du schon selber schaffen? Ja, wenn ich den Ion-Distroptor hab, ist das blöd Dann ist es blöd, ja Ja, wenn du dann beschützt werden Was von hinten? Das denkst du immer Du wirst aber nicht getroffen Oh, der kämpft da in der rechten Das war einer von hinten, der mich getroffen hat Okay, cool Oh, wuuh, du hast aber ganz schön aufgeholt Plötzlich Ja, ja Hau ich denn hier drei Kills hier rum? Wow Was war das? Ach, der Maldeton hat dort zwei gekillt Der Typ, krass Nee, kann ich ja drüber Nee Ach, komm Ding 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 Dong Dong Ding 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 Nice Und von hinten? Ich werd immer von hinten gekillt Ich hab sie getötet Danke Ah man ey Glaub ich zumindest Wieso gibt's eigentlich Wookieeinheiten? Die sind doch alle fast tot Alle ausgestürmt Weil? weil stadt wo genau das frage ich mich das ganze Spiel schon und wo kommen die haupt und gilt und ich trotz vor dir das war hinter der Wand und wahrscheinlich weil du mehr Kills hintereinander gemacht hast kann sein ja gibt es auch mehr Punkte das gibt verdammt viel mehr Punkte wenn ich nur ein Kill mache kriege ich 300 Punkte circa wenn ich zwei Kills mache kriege ich fast schon tausend ok cool halt hier müsste ich scheiße auch aufheben ach das darf nicht passen ok naja gut den der 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 Ich nehm mal den Wookie. Ich nehm den Wookie. Mit dem Wookie mache ich jetzt alles kaputt. Wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe es. Die Verteilung ist immer noch ganz gut. Mit 39 habe ich jedem da auch noch gewonnen. Scheiße. Aber es wird definitiv ins Gebäude reingehen. Ich habe es nicht schon gemacht. Darth Maul, der sich von hinten anschleicht. Ja genau. Gibt nichts schöneres. Doch. Sollte eigentlich machbar sein. 69. Alles geht kaputt. Guck. So, kommen die von hier auf rein? ich hab fast viele punkte aber du hast einfach doppelt so viele killen nein ich habe ihn nicht mehr bekommen na toll ich bin bei maul das ist natürlich ein Bild das ist bei wem? maul in diesen Räumen das war tödlich ja ich glaube ich dir hätte ich gespart hätte ich jetzt ein Jedi ja auch sparst du nicht ja aber jetzt spare ich mei die Thermaltitonadonen machen natürlich nur Schaden die killen nie jemanden hä von wo? hinter dir ah ok ich hab nicht gesehen dass der dann vorgegangen ist das hatte ich nicht gesehen ja die sind in einem Trop oh ich kann mir fast Dings leisten mit Jedi cool das war der andere hann 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 go oh shit wir haben beide Töne verloren das ist jetzt nicht so gut huch die Tür ist zu die geht nicht mehr auf die geht auch nicht mehr auf die geht nur von denen auf also die können da hingehen und dann geht die auf die das ist also Schaden gemacht hann nein Ach, scheiße. Mir fehlen noch 200 Punkte. Mir fehlen noch 1000 irgendwas. Wow. Das ist schon cool, du paddlerst hier. Ein bisschen enger als in den Filmen, habe ich das Gefühl. Das hier ist der Grundraum. Ja, cool. Ich bin jetzt der König von... Ups. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. 1400 Punkte noch, bis zu einem Jedi. Ich glaube, ich habe genug Punkte. Nice. Die haben Jet-Einheiten genommen. Komm. Skip. Yes. All the way. Ich habe keine Ahnung, wie auch mal ein Fächer von hier funktioniert. Oh man, diese Death Mall. Rennt wieder durch alle durch. Rennt wieder durch alle durch. Rennt wieder durch alle durch. Nein. Na, ich bin tot. Wieso schärbe ich so schnell? Und ich bin wieder tot. Scheiße. Ich habe einen Battle Point bekommen. Einen. Ja, einen. Ich habe dich übrigens wieder überholt durch Ray. Verdammt. Gibt vier Punkte. Ja, ich habe auch ziemlich viel durchgesät. Ich glaube, ich habe vier Kills gemacht. Auf einmal. Maul. Alter, wenn man da rausgeht, das ist... Hä, wie? Ja. Deswegen nehme ich jetzt auch... Ah, da ist wieder Maul. Fuck. Ich habe übrigens gestohlen, dass Maul die cooleren Fähigkeiten hat. Ja, ich bin hier auch. Äh, oh nein, 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 das wollte ich nicht ziehen. Scheiße. Ich kann aber noch kloppen, weil die immer noch 16 sind. Aber die haben auch schon teilweise des Punktes. Alter. Das war viel Schaden. Nein, jetzt hat er mich wieder überholt. Verdammt. Hör auf damit. Wir haben wieder in der Weih. Nein. Scheiße, das sind die letzten fünf und der Boba. Oh, Boba ist dabei. Ja. Oh, jetzt kann ich keine Sonneneinheit nehmen. Äh, hier ist auch noch Maul, ne? Ja, sie sind alle da. Und... Sauber-Time. Okay, das heißt, wir müssen sie runter vom Punkt kriegen. Ja. Ich starte mit Han Solo. Ah, das dauert ein bisschen. So, ich hab jetzt über 5000. Ich kann keinen nehmen. Beide besetzt, ne? Ja. Scheiße. Oh nein, die nehmen den Punkt ein. Alter. Ich geh da raus und bin tot. Jetzt hat der Ray genommen. Das ist da. Raus und bin tot, ey. Scheiße. War aber knapp. Es ist zu late. All Spots, evakuate die Stadt. Wir nehmen den Palace zurück in den nächsten Tag. Ah, der wird bober, ey. Ja. Ja, da am Ende halt hat er voll reingehetzt. Ja. Oh, Level 10. Rang 6? Äh, Level 9, ey. Ich bin in zwei Ränge aufgestiegen. Ich bin eine aufgestiegen. Bin ja schon so hoch. Hehehe. Hä. Hä, hä, hä. Ja. Hör auf. So. Habe ich jetzt ein paar Lootboxen noch bekommen? Oder Crates, wie auch immer das hier heißt. Loot Crates. Ich nicht. Ich glaube, ich sollte eine für einen Specialist bekommen haben und für einen Heavy eine. Oh, drei sogar. Ich habe eine für einen Assault auch noch bekommen. Nice. Sehr gut. Oh, schau uns das mal an. So, dann bin ich jetzt aber irgendwie da raus, ne? Ja, okay. Alles klar, dann. Tschüss. Ciao, süß. Viel Spaß noch. Ja, da haben wir ja was G'seißes bekommen. Was ist das? An improved version of Vanguard. That refreshes your abilities when you defeat an enemy. Ah, welches nimmt es weg? Ah, verdammt, es nimmt die... Ah, es nimmt die Shotgun weg. Will ich eigentlich nicht ausrüsten. Das Shotgun will ich eigentlich nicht wegmachen. Ne, ne, ne. Schauen wir mal, was der Specialist uns bringt. Ich glaube, das ist nicht guter Sachen. 1200 haben wir. Ich glaube, damit kann man uns sogar eine Crate kaufen. Dann haben wir auch den Victory Pose. Da haben wir eine Mine. Oh, cool. Level 5 wäre toll. Äh, die ersetzt... Ja. Ja. Nehmen wir. Nehmen wir. Natürlich nehmen wir die. Und ne neue Waffe. Die hat sehr viel Reichweite. Die hat genauso viel Reichweite. Etwas weniger Schaden, aber kann man schneller feuern und sch... Genau, dann nehme ich die mal hier. Ah, cool. Das ist cool. Muss man aber wahrscheinlich alles durch die Crates freischalten. Es werden viele Crates, die geöffnet werden müssen, um was gescheites zu kriegen. Ah. Äh... Annäherungsmine für den Heavy. Ersetzt... Die... Ähm... Die Impact-Granate. Ja, komm, mach mal. Ersetzt mal die Granate durch eine... Annäherungsmine. Huch. Das ist eine neue Waffe. Hat wenig... Es schießt langsamer, aber... Mehr Reichweite und mehr Schaden. Natürlich. Natürlich nehme ich die. So, und... 3. Okay. Das war so irgendwie bei jeder... 1. 1. 1. 1. 1. Enthält eine garantierte Trooper- oder Heldenkarte und zwei andere Mystery-Items. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. Boba Fett! Ah ok, da habe ich ein Emoji bekommen. Und Crafting Parts! Geil, jetzt können wir uns was craften für eine Waffe. Schauen wir mal. Collection finde ich immer noch blöd, dass man hier sozusagen nur die Waffe für den Klonkrieger nehmen kann. Man kann hier nicht wechseln zu Ich möchte jetzt nicht Klonkrieger sein. Ich hätte jetzt gerne einen anderen. Die auch, nur alles nur was die Klonkrieger haben. Das kann man irgendwie nicht ändern. Das ist ziemlich bescheuert. Oder sind die anderen Waffen einfach nur ein Äquivalent dazu? Aber das wäre gut zu wissen. Victory Pose Haben wir die natürlich hier. Neue Waffe haben wir auch bekommen. Die schießt schneller, macht aber sehr viel weniger Schaden. So nicht. Wir nehmen mal beim Specialist. Haben wir ja die neue Waffe ausgerüstet. Neue Waffe ausgerüstet könnten wir jetzt. Burst Mode. Genau, das holen wir uns mal. Den Dreifachschuss. Was? Ich habe keine... Ich hatte doch 100. Ich hatte doch 100. Was hab ich jetzt... Ich hatte doch 100. Ich hatte doch 100. Ich bin mir todsicher, dass ich 100 hatte hier oben rechts. Der ist blöd. Ja gut. Das war jetzt. Das war jetzt alles gut. Nein. Die nachträglich ausgerüst. Ohraiz.